Habt ihr euch schon mal gefragt, wie baue ich eigentlich mein ETF-Portfolio auf? Ihr könnt es euch natürlich einfach machen und nur auf einen ETF auf den MSCI World oder den All Country World Index setzen. Allerdings bietet das Anlegen in ETFs viel Spielraum, um individuelle Vorstellungen umzusetzen. Damit ihr es tun könnt, solltet ihr euch ein paar Gedanken machen und es sind auch ein paar Entscheidungen zu treffen. Welche das sind, da möchte ich euch in diesem Video durchführen. Ich möchte euch einen Weg zeigen, wie ihr den Bauplan für euer persönliches ETF-Portfolio entwickelt. Wie baue ich mir aus mehreren ETFs ein Portfolio zusammen? Vorne weg, alles, was ich jetzt sage, ist keine Anlageberatung, keine Empfehlung zum Kauf. Ich gehe eine Reihe relevanter Fragen mit euch durch. Was ihr dann draus macht, ist eure Sache. Ihr könnt natürlich ganz zu Beginn die Frage stellen, warum braucht es überhaupt mehrere ETFs? Es gibt doch Produkte, mit denen ich mir mit einem Kauf auf die wichtigsten Märkte ins Portfolio hole. Das ist nicht falsch, aber es ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Zu bedenken ist hier, wenn ich einen weltweiten ETF kaufe, dann hole ich mir eine vorgegebene Länder- und Branchengewichtung ins Portfolio. Also beim MSCI World sind es zum Beispiel mehr als zwei Drittel USA und mehr als ein Fünftel Tech-Branche. Ich verzichte also mit nur einem ETF drauf, eigene Schwerpunkte auf einzelne Branchen, Regionen oder Themen zu setzen. Und ich verzichte auch drauf, Anlageklassen zu mischen. Vielleicht wollt ihr ja euer Risiko steuern, vielleicht seid ihr nicht der Typ für 100% Aktien und die damit verbundenen, zeitweise sehr starken Schwankungen. Allein die Punkte zeigen schon, es gibt nicht die eine Antwort drauf, wie das perfekte ETF-Portfolio aussehen muss. Je nachdem, wie eure Risikotragfähigkeit ist, wie euer Anlagehorizont ist, welche Erfahrungen und Wünsche ihr habt, kann euer persönliches Portfolio ganz anders aussehen, als das von eurer Freundin, von eurem Freund, von Bruder, Tante oder Onkel. Wer mit dem ETF investieren anfängt, der stößt natürlich mit als erstes auf den MSCI World, einen breit gestreuten Index, auf den es jede Menge ETFs gibt. An der Stelle der Hinweis, wie ihr jetzt zwischen mehreren ETFs auf denselben Markt auswählt, das ist nicht Gegenstand dieses Videos. Dazu haben wir schon mal ein anderes gemacht, das wir an der Stelle verlinken. Der MSCI World, dieser Index und somit auch ETFs auf ihn, bildet die Wertentwicklung von mehr als 1500 Aktien aus 23 Industrieländern ab. Das ist eine breite Streuung und, vielleicht schon mal gehört, breite Streuung reduziert das Risiko einer Geldanlage. Allerdings, ihr seid hier immer noch 100% in Aktien mit den entsprechenden Renditechancen, aber auch Risiken. Das heißt, wenn es an den Aktienmärkten mal rumpelt, dann kann auch so ein breit gestreuter ETF stark schwanken. Also stellt euch wirklich mal die Frage, könnt ihr dann noch ruhig schlafen? Wenn ihr zum Schluss kommt, 100% Aktien sind euch zu viel Risiko, dann fahrt ihr vielleicht den Aktienanteil runter auf 80 oder 70% und füllt den Rest auf mit einer eher schwankungsarmen Anlageklasse, wie zum Beispiel Anleihe-ETFs. Und ihr könnt darüber hinaus noch weiter bei den Anlageklassen differenzieren und diversifizieren. Ihr könnt zum Beispiel breite Rohstoff-ETFs mit ins Portfolio nehmen oder speziell auf einen einzelnen Rohstoff wie Gold setzen mittels eines ETC, eines Exchange Traded Commodities. Und macht euch über diese Aufteilung zwischen den Anlageklassen zu Anfang mal Gedanken und dann geht es im nächsten Schritt dann darum, wie sollen denn die einzelnen Bausteine genau aussehen. Mit mehr als 1500 Aktien aus 23 Industrieländern deckt der MSCI World einen großen Teil der weltweiten Aktienmärkte ab. Aber, anders als es der Name suggeriert, eben nicht die ganze Welt. Was fehlt? Schwellenländer, Emerging Markets. Wo sind die mit drin zusätzlich zu den Industrieländern? Im ACWI, dem All-Country-World-Index. Wenn ihr euch ein ETF auf den reinholt, dann ist allerdings die ganze Gewichtung vorgegeben. Auch im ACWI haben die USA noch einen Anteil von knapp 60% und China, immerhin die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, ist mit weniger als 4% vertreten. Wollt ihr das so abbilden? Falls nicht, bietet sich vielleicht eher eine Kombination aus MSCI World und Emerging Markets an. In einem ETF auf den MSCI Emerging Markets, da habt ihr 1380 Aktien aus 24 Schwellenländer drin. Und hier hat China einen Anteil von 32%. Und indem ihr Emerging Markets und MSCI World kombiniert, könnt ihr nach euren Wünschen das Verhältnis zwischen Schwellenländeraktien und Industrieländeraktien austarieren. Vielleicht wollt ihr ja die Schwellenländer höher gewichten, weil ihr sagt, ich sehe hier starkes Potenzial. Angenommen, ihr habt jetzt ein Portfolio, in dem ihr mit MSCI World und Emerging Markets oder All Country World Index schon breit gestreut weltweit in Aktien investiert. Vielleicht sagt ihr, ist mir zu simpel, zu langweilig, ich will Schwerpunkte anders setzen. Dann könnt ihr das mit spezielleren Aktien-ETFs natürlich tun. Ganz typisch gibt es die auf Regionen oder Länder, auf einzelne Branchen und auf Themen und Trends. Was bringt sowas? Ihr fügt eurem Portfolio somit Elemente zu, durch die ihr von der vorgegebenen Gewichtung in weltweiten Aktien-ETFs abweicht. Und die richtet sich in aller Regel nach dem Börsenwert der einzelnen Unternehmen. Ihr könnt zum Beispiel der Meinung sein, Europa ist in meinem Portfolio im MSCI World untergewichtet. Also mischt ihr vielleicht ein ETF auf europäische Aktien bei. Ihr könnt der Meinung sein, Gesundheit ist im MSCI World gegenüber Tech untergewichtet. Dann nehmt ihr euch vielleicht zusätzlich noch ein Healthcare-ETF mit rein. Ihr könnt auch der Meinung sein, so ein Thema wie Urbanisierung, das wird auch an der Börse eine Riesenrolle spielen. Dann fällt eure Wahl vielleicht auf ein ETF zu einem Thema wie Smart Cities und da gibt es noch viele andere Trendthemen. Das bietet individuellen Gestaltungsspielraum und unter Umständen auch eine Renditechance. Wenn ihr glaubt, dass ein Sektor, ein Thema, eine Region mehr Rendite liefert als der ganz breite Aktienmarkt, dann bietet sich so ein Investment vielleicht an. Klar sein muss euch nur, das ist eine gewisse Wette und die muss nicht aufgehen. Achtet auf jeden Fall bei so Beimischungen drauf, dass ihr nicht ungewollt Klumpenrisiken entstehen lasst, durch einen zu starken von euch gar nicht beabsichtigten Fokus auf eine bestimmte Region oder Branche. Anleihen sind ein etablierter Baustein, um in ein Aktienportfolio etwas Ruhe zu bringen. Wenn ich 100 Prozent in Aktien gehen will, der kann durch Anleihe ETFs auffüllen. Die sind typischerweise schwankungsärmer. Zugegeben, auf den ersten Blick ist es nicht ganz einfach Anleihenmärkte und Anleihe ETFs zu verstehen. Zum einen gibt es Unternehmens- und zum anderen Staatsanleihen und ETFs decken typischerweise oft sogenannte Laufzeitenbänder ab. Da gibt es dann zum Beispiel ETFs auf US-Staatsanleihen mit einem bis drei oder sieben bis zehn Jahren Restlaufzeit. Wenn ihr es eher schlank und einfach haben wollt, dann gibt es auch sehr breite ETFs auf zum Beispiel den Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Alternativ setzt ihr eben auf einzelne Regionen oder nach individueller Gewichtung auf Firmen- und Staatsanleihen. Wenn Schwerpunkt eures Portfolios aber Aktien-ETFs sind, vielleicht wollt ihr es dann bei den Anleihen ganz einfach halten und sehr breit über einen ETF investieren, dann habt ihr später in der Portfoliopflege hier an der Stelle auch weniger Aufwand. Zu Aktien und Anleihen möchtet ihr vielleicht noch weitere Anlageklassen in euer Portfolio mischen? Fangen wir mal an mit Gold. Gold ist einer der ältesten Wertspeicher der Menschheit. Wenn die Aktienkurse sinken, dann ist in der Vergangenheit in vielen Fällen der Goldkurs gestiegen. Zudem verbinden viele mit Gold die Erwartung, dass es sie ein Stück weit vor Inflation schützt. Gold lässt sich in ein ETF-Portfolio als sogenannter ETC, Exchange Traded Commodity, integrieren. Das ist kein ETF, aber es ist ein Finanzprodukt, das so handelbar ist wie ETFs und sich eben hier integrieren lässt. Ihr braucht keinen Tresor, in dem ihr Barren lagert, sondern ihr kauft es wie ETFs und mischt es hinzu. Weitere Rohstoffe, zum Beispiel Industriemetalle bis hin zu landwirtschaftlichen Gütern wie Getreide, die könnt ihr in Rohstoff-ETFs auf breite Rohstoffkörbe ins Portfolio mischen. Hier setzt ihr dann auf die Wertentwicklung einer breiten Mischung von Rohstoffen. Zusammengefasst, ihr habt einen großen Spielraum, wie ihr neben Aktien und gegebenenfalls Anleihen weitere Anlageklassen integriert und euer Portfolio diversifiziert. Welche Gewichtung die jetzt untereinander habt, auch da gibt es nicht die eine Antwort für alle, sondern das könnt ihr individuell festlegen. Ihr habt euch mit der Frage beschäftigt, was sind die Bestandteile meines ETF-Portfolios und welches Gewicht haben sie jeweils. Wenn ihr die Entscheidung getroffen habt, dann setzt ihr das Portfolio zusammen, entweder durch Einmaleinzahlungen oder durch Sparpläne auf die einzelnen Bausteine oder durch eine Kombination aus beidem. Wenn man das einmal gemacht hat, ist man allerdings noch nicht fertig. So ein Portfolio braucht Pflege, denn durch eine unterschiedliche Wertentwicklung der einzelnen Bausteine können sich ja die von euch anfangs gewählten Gewichte verschieben und dann wird ein sogenanntes Rebalancing notwendig. Was heißt es? Durch Umschichtungen oder Aufstocken von den Anteilen, die im Verhältnis kleiner geworden sind, stellt ihr die ursprüngliche Gewichtung wieder her, so dass das Profil eures Portfolios dasselbe bleibt. Ein weiterer Anlass für so ein Rebalancing kann sein, womöglich verschieben sich über die Zeit eure Präferenzen. Ihr wollt zum Beispiel mehr Risiko oder weniger Risiko haben, ihr wollt einen höheren oder einen geringeren Aktienanteil im Portfolio haben, dann kann auch das ein Grund sein, nochmal neu zu schichten, also Einmalzahlungen in bestimmte Bausteine, um die aufzustocken oder ihr verändert die Summen der einzelnen Sparpläne auf die einzelnen Bausteine im Verhältnis zueinander und richtet so euer Portfolio neu aus. Auf die Weise könnt ihr euer Portfolio immer so anpassen, dass es über lange Zeit individuell zu eurer Lebenssituation, zu eurem Anlagehorizont, zu eurer Risikotragfähigkeit passt. Ich gebe zu, das Ganze ist mit ein bisschen Arbeit verbunden, aber die ist überschaubar. Ihr könnt euch zum Beispiel einmal im Jahr einen Kalendereintrag setzen und dann euch einen Nachmittag nehmen und euer Portfolio rebalancen. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg dabei beim Aufbau und bei der Pflege des ETF-Portfolios und uns interessiert, wie sieht denn euer Portfolio, eure Gewichtung, eure Zusammensetzung aus? Schreibt es uns mal unten in die Kommentare.